Guten Morgen aus dem Disneyland Paris, beziehungsweise besser hier jetzt gerade vor den Compagnie Val de France, einem Disneyland Paris Partnerhotel. Ich bin heute nicht alleine, sondern einmal mit Sabrina aus Köln und mit dem André aus Österreich. Hallo. Hallo Wien. Nein, Halloween ist natürlich momentan auch die Saison, die wir hier momentan noch haben. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn wir heute es vielleicht schaffen könnten, die Ursula-Show zu sehen, vielleicht noch ein bisschen von der Mini-Parade. Die Viliens, mit denen kann man heute Fotos machen, also den Bösewichten aus den Disney-Filmen. Ja, und ich habe heute auch eine Shopping-Creme dabei mit der Sabrina. Die wird nämlich so einige Shopping-Läden hier abklappern, da bin ich mal auch ganz gespannt. Also es gibt viel zu sehen. Und übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Time for Disney. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann einfach die Glocke aktivieren und dann seid ihr glücklich und zufrieden. Aber ich würde sagen, es ist wieder Time for Disney. Wir sind jetzt hier drin im Disneyland Park und werden natürlich direkt begrüßt von den ganzen Disney-Charakteren. Ja, jetzt stehen wir gerade vor dem Dornrösel-Sitzschluss. Und jetzt, ja, wann wollen wir dann, hat der alles zu machen? Phantom Manor. Phantom Manor? Ja, okay. Ja gut, dann lasst uns rüber gehen. Ins Frontierland ist er direkt hier nebenan. Übrigens, super mega Wetter. Kann man nicht anders sagen, ne? Ja. Das ist klasse. Und ja, da lasst uns mal rüber gehen ins Frontierland, ne? Ja. Alles klar. Ja, eigentlich wollten wir jetzt gerade. Zum Phantom Manor gehen, aber in dieser Magic Hour, da ist momentan Phantom Manor noch nicht geöffnet. Erst nachher zum regulären Parkeintritt, aber es ist kein Problem. Es gibt ja viele andere Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel jetzt einfach hier im Frontierland zur Big Thunder Mountain. Übrigens dann auch momentan hier mit einer wunderschönen Dekoration von dem Film Coco. Und ja, Wartezeit für Big Thunder Mountain nur fünf Minuten. Das geht. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin, oder? Luna! Wie man gehört hat, Luna will auch da hin. Ja, das war unser Big Thunder Mountain. Da war wieder richtig gut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der große Fan von der ersten Reihe. Aber das ist halt immer Geschmackssache. Also, ich mag ja mehr den Thrill, aber du fandest die ganze Reihe ganz gut. Also, ich fand sie cool, ja. Ja, weil du besser mehr singst. Ja, du hast echt ein bisschen Ausblick. Ja. Ja, also, ich mag ein bisschen mehr Thrill, aber wie gesagt, das ist ja immer schön. Man kann ja später nochmal fahren und dann machen wir die letzte Reihe. Das ist auch einer der besten Rides überhaupt, finde ich. Ja, allerdings. So, und wie gesagt, wir haben ja die Sabrina dabei, die Shopping Queen. Genau. Beziehungsweise die Mitbring-Fee. Ja. Und wir gehen jetzt eine kleine Runde shoppen. Genau. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie man sich das genau so vorstellen muss. Das heißt also... Es ist hauptsächlich so, wenn du zum Beispiel etwas aus Listenerleit haben möchtest, aber nicht die Möglichkeit hast, hierher zu kommen, schreibst du mir am besten mit einem Foto von einem Gegenstand und sagst du mir, was du gerne hättest. Dann mache ich das so wie jetzt. Ich gehe hierher, ich finde den Gegenstand, ich mache ein Foto, ich schicke dir das. Du gibst mir dann das Geld am besten über Paypal. Ich kaufe dich dann, sobald ich zu Hause bin, verpacke ich es und dann schicke ich es dir zu. Genau. Also, das war jetzt übrigens die unbezahlte Werbung, ja. Gut. Ja, da sollen wir mal hier direkt in meinen Shop reingehen, ja? Im Eureka Mining Subplace, hier in Bretterland. Da schauen wir mal, was wir da so alles finden, ne? Bestimmt einiges. Ja. So, und jetzt sehen wir hier übrigens gerade die Sabrina bei der Arbeit. Das ist nämlich dann einfach so, dass sie dann halt hier dann so die einzigen Produkte oder so abfotokoffiert. Genau. Und dann schickt sie einfach dann so Fotos und fragt dann immer nochmal nach, wollt ihr das auch wirklich haben? Und wenn ihr es dann haben wollt, dann könnt ihr dann alles näher dann familiären. Sehen die nicht wunderschön aus? Ja. Was haben wir denn da? Das sind einmal Ohren, die kosten 23 Euro und das sind jetzt die neuen Halloween Ohren. Oh, die sehen auch ganz schön aus. Ja. Oder halt auch eine wunderschöne, coole Tasse. Ja, okay. Also passend zur Halloween Saison. Richtig. Kostet 17 Euro. 17 Euro. Nee, das ist ja richtig klasse, ja. Nee, also wie gesagt, hier, schau mal hier so. Weil hier sind nämlich noch so einige andere, die offensichtlich auch noch was sie im Shop so alles haben wollen. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja. Immer. Ja. Und da ist das Schild für den Shopping Service. Wenn ich jetzt die Sachen kaufe, kann ich die direkt zu uns ins Hotel schicken. Das ist echt super. Ich muss es nicht schleppen. Das ist einfach perfekt. Weil dann kannst du den ganzen Tag unterwegs sein, kannst alles fahren. Du brauchst keine Angst haben, dass eventuell alles kaputt geht im Rucksack oder so. Und dann kannst du es einfach vom Hotel im Shop einfach abholen und kannst es direkt einpacken. Ja, also das ist echt, das wusste ich nicht. Also das funktioniert. Vor allen Dingen, eigentlich ging das halt, glaube ich, es geht ja vor allen Dingen nicht nur zu den originären Disney Hotels. Da gibt es ja sechs Stück hier. Sondern auch zu den Partner Hotels. Richtig. Das ist mega bequem. Und wenn ihr übrigens kein Hotel habt, weil ihr vielleicht nur einen Tag hier seid, dann könnt ihr das dann auch zum Disney Village. Ja, sogar ins Village schicken lassen. Richtig. In World of Disney war das, glaube ich. Richtig. Und ab 18 Uhr. Ihr könnt alles bis 13 Uhr. 13 Uhr? 15. Bis 15 Uhr, Entschuldigung. Und ab 15 Uhr könnt ihr alles da hinschicken lassen. Und dann ab 18 Uhr könnt ihr euch jeweils im Hotel oder im Village dann abholen. Also das ist echt praktisch. Und vor allen Dingen, was ich gerade auch noch erfahren habe. Normalerweise muss man ja immer die Tüten bezahlen. Wenn ihr dieses Shopping-Free-Service macht, dann ist die Tüte inklusive. Also von daher werde ich mir, glaube ich, jetzt auch noch hier tolle Teelichter kaufen. Weil ich glaube, André, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich doch überzeugt. Also ich hole mir jetzt dann auch nochmal so ein schönes Teelicht. Und bin mal gespannt, wie das dann bei mir zu Hause wirkt. Und du wolltest heute auf jeden Fall noch deinen Pin-Trade in Funk? Genau, ich will später nochmal einen Pin-Trade nehmen. Da muss man erzählen, was es ist. Also, ihr könnt ja die Disney-Pins erwerben. Und diese könnt ihr dann mit Cast-Membern, anderen Gästen und an einer Pin-Wand im Branche Land tauschen. Okay. Und das ist auch momentan möglich, so während der Corona-Zeit? Genau, das ist auch während der Corona-Zeit möglich. Zwar nicht direkt mit den Cast-Membern, aber mit dieser Wand können wir die Situation tauschen. Von 11 bis 18 Uhr. Ach, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man lernt auch als Jahreskarteninhaber nie aus. Offensichtlich. Quantisch noch nicht bisher. Zumindest nicht, wann das und wo das wissen wir heute. Aber, wie gesagt, wir haben ja hier zwei Experten, wie das genau aussieht. Das sehen wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Jetzt sind wir gerade hier auf Eingang von Frontierland, weil da gibt es nämlich eine kleine Show-Anlage. Ich weiß gar nicht, wie ich mal dazu sagen soll, weil die Kürbisse, die tanzen in Türkis, Frauen und Männer, die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das war die kurze Einlage, die kurze Show-Anlage. Aber das gehört auch mit dazu, ne? Genau, ja. Also, dass man das auch mal hin und wieder erlebt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie Sabrina wieder abgeblieben ist. Genau, wie Superman. Genau. Wie versprochen sind wir jetzt hier bei dem, wie heißt das? Beim Pin-Trading. Beim Pin-Trading. Okay, das heißt also, wo hier die ganzen Fans dann ihre ganzen Pins tauschen können. Genau. Ich habe meinen Pin-Trading in der Hand, den werde ich jetzt auf. Okay, ja. Da wünsche ich dir schon mal viel Erfolg bei. Ich gehe mal in den Shop. Ja, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit diesen Pins? Also, ihr seht hinten eine große Wand. Dort kann man sich einen Pin aussuchen. Es gibt drei verschiedene Kategorien. Einmal die ganz normalen Pins, die Sondereditionen oder halt limitierte Pins. Und je nachdem, was man für einen Pin hat, dagegen kann man einen Touch. Und das ist dann völlig egal. Also der Preis, also gibt es verschiedene Werte von diesen Pins, ist das egal. Pin ist Pin. Pin ist Pin. Und dann gebe ich meinen Pin ab und kriege dann irgendeinen Pin. Genau, du bekommst dann einen Pin, den du gerne hast. Okay, und wer gibt dann seine Pins dann mal hier ab? Also jeder, der so Pins dann mal gekauft hat. Ich denke mal schon, ja. Weil ich weiß irgendwie auch Cast-Members, die machen da auch noch mit. Genau, du kannst dabei Cast-Members tauschen, die das Anzen haben. Also man kann dann direkt zu dir hingehen normalerweise? Genau, in den Shops oder in den Hotels. Ist aber zurzeit nicht erlaubt. Okay, wie Corona, ja. Also normalerweise geht das, aber ist eigentlich eine schöne Sache, dass du was kriegst. Wie gesagt, ich wusste es halt nicht. Man lernte hier nie aus. Und mal gucken, vielleicht kaufen wir auch mal so einen Pin und tauschen den dann einfach hier. Gucken wir erstmal, was es da überhaupt für Pins gibt. Und ja, bin mal gespannt, welchen Pin du da vielleicht bekommst. Ich auch, ja. Can I get the Paris? So, Paris, genau. Ja, ihr sah jetzt gerade gar nicht so happy aus. War das kein guter Deal? Offensichtlich nicht. Keine Ahnung, bin anscheinend nicht. Aber du hast ja auch gerade gesagt, warum das so wichtig ist, dass man immer so früh hier ist. Genau, weil Fuß gibt es eigentlich noch die besten Pins, habe ich gemerkt. Weil ich glaube, Disney füllt über Nacht die Pinnwand dann auf. Okay. Man sieht jetzt auch jetzt die Schlange relativ lang. Ja. Also wir waren noch richtig da. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sind ja zwar in der Nähe von Paris, aber nicht in Paris, aber wir haben die Möglichkeit, den Eiffelturm auch vom Disneyland Paris aus zu beobachten. Und heute ist das Wetter sehr, sehr gut. Von daher. Da haben wir vielleicht Glück. Ja, da habe ich. Irgendwann auch. Ja, also dazu muss man nämlich einfach zum Robinson Crusoe Baum gehen. Und oben gibt es eine Stelle, wo man dann den Eiffelturm sogar sehen kann. Ist tagsüber sichtbar, aber natürlich auch nachts, wenn es schön beleuchtet ist. Genau. Und da gehen wir jetzt mal hoch. Ja. Und da gehen wir jetzt mal hoch. So, wie versprochen ist das jetzt hier die Stelle, wo ihr hier den Eiffelturm sehen könnt. Und wir haben heute wirklich richtig super Wetter. Man kann den Eiffelturm tatsächlich jetzt dann auch von hier aus sehr gut erkennen. Auch wenn es nur so eine Walkthrough-Attraktion ist, ist es aber trotzdem aber ganz schön. Und wie gesagt, wir haben jetzt ja auch tatsächlich den Eiffelturm gesehen. So, ganz klein. Ganz klein. Man muss natürlich wissen, sonst übersieht man den natürlich. Das weiß ich nicht. Aber im Dunkeln ist es auch so. Aber eine wunderschöne Aussicht von da oben. Ihr müsst das machen. Genau. So, und was wir jetzt noch machen, dann schauen wir uns nochmal mal an. Ja, oder? Ja, bei so einem wunderschönen Wetter. Da muss man natürlich jetzt auch Mellik Mega nutzen, um hier Fotos von den Profifotografen zu machen. Es gibt im Grunde hier so mehrere Fotopoints, Selfie-Points und so weiter. Und es sind dann halt auch hier die Profifotografen, die dann hier Fotos machen können. Es ist im Grunde ganz einfach. Man hat dann seinen Fotopass, legt das dann so einen Behälter rein und dann kriegt man das Foto dann direkt im Laufe des Tages schon auf seinen Account. Wenn du übrigens eine Jahreskarte habt, die Infinity-Jahreskarte, dann braucht ihr für den Fotopass nichts bezahlt. Der ist nämlich inklusive. Genau, weil es gibt manche Leute, die das leider zu spät erst wissen und sich vorher schon so einen Fotopass gekauft haben. Wir wollen jetzt mal keine Namen nennen. Nein, wie gesagt, das ist eigentlich eine super Sache, weil ich finde, diese Fotos sind immer richtig professionell gemacht. Lohnt sich richtig. Genau, und dann hat man ja auch hier diese Fotopoints, wo dann diese Figuren dann in das Foto mit integriert sind. Magic Shots. Die Magic Shots, die machen wir heute natürlich auch noch. Aber jetzt machen wir erstmal ein richtig schönes Foto hier vom Dorne-Rösten-Schloss. Denn ein Foto mit dem Dorne-Rösten-Schloss. Perfekt, und das mit der Sonne. Das mit der Sonne. Das ist das Must-Have. Ja, während Sabrina noch gerade shoppen ist, haben wir hier gerade wieder so eine kleine Mini-Parade mit Miki. Mit Mini, hallo. Und natürlich mit Pluto. Den haben wir da noch? Ja, und dann natürlich von Toy Story. Natürlich. Also, das ist halt wieder das, was wir meinen, so diese kleinen Mini-Paraden. Du hast ja schon einige gesehen. Ja, genau. Und da gucken wir jetzt nochmal hier. Wir haben ein großes Tempo drauf, weil natürlich nicht so viele Menschenansammlungen entstehen sollten. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer mal irgendwo auch stehen zu bleiben, weil das sind immer so die kleinen Aktionen, die man dann einfach so mitnehmen kann. Genau. Ich bin ja noch nie mit diesem Doppeldecker-Bus gefahren. Und deswegen... Das machen wir's ja eigentlich, oder? Ja, ich würde sagen. Also das würde mich mal sehr, sehr interessieren, weil wenn wir jetzt die Gelegenheit haben, ganz oben zu sitzen und dann mal so einen Blick über die Mainstreet USA zu haben, auf das Schloss zu, ich glaube, das ist richtig toll, oder? Ja. Ja. Ein bisschen Wetter heute. Ja, okay. Dann machen wir das? Ja. Und da kommt schon der Bus. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, hier oben vorne zu sitzen in der ersten Reihe. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, das ist ja das erste Mal. Ich war noch nie hier in diesem Bus mit drin. Und jetzt gleich geht's schon los. Ich bin sehr entspannt. So, jetzt geht's los. Hier auf dem Bus über die Mainstreet USA. Wie gesagt, mein erstes Mal. Und jetzt haben wir einen wunderschönen Blick auf das Schloss. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber hier in der Mainstreet USA, da sind ja, ich glaube, 250 Farben verarbeitet worden. 250 verschiedene Farben findest du hier. Das ist natürlich schon echt eine ganze Menge. Und 200.000 Glühbirnen findest du hier. Also nachts ist es natürlich mal sehr, sehr schön oder am Abend. Das sieht natürlich immer sehr, sehr klasse aus. Wir sehen jetzt natürlich auch die schöne Dekoration für Halloween. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall ein bisschen frisch hier oben. Aber das gehört wahrscheinlich dazu. Und das Gute ist, wenn wir mit dem Bus hier fahren können, dann wissen wir, es kommt auch keine Parade. Das heißt, Parade verfassen wir dementsprechend nicht. Also die Mini-Parade. Also diese Halloween-Mini-Parade. Und... Sehr, sehr schön. Also ich muss wirklich sagen, es lohnt sich. Definitiv. Du machst auch noch deine paar Videos. Mal gucken, ob wir Sabrina hier noch finden. Auf irgendwelchen Shopping-Ständen. Oder irgendwelchen Shopping-Ständen. Mega. Das ist ja mega. Richtig toll. So. Sehr, sehr schön. Das ist also echt eine ganz andere Perspektive, die man sonst gar nicht so wahrnimmt. Sehr, sehr schön. Vorne mit der Castle-Stage, wo es dann auch die Ursula-Show gibt hoffentlich heute. Wird es auf jeden Fall geben, aber mal schauen wann. Und... Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, muss ich sagen. Also, dass es wirklich so ein toller Blick ist, den man hier hat. Und wichtig ist natürlich am besten in der Main Street USA einsteigen, weil dann hat man auf jeden Fall die Chance ganz vorne zu sitzen. Und man sollte immer darauf achten, wenn man schon da ansteht, dass man da auch wirklich schnell einen Sitzplatz bekommt vorne. Keine offenen Getränke. Sonst muss man nicht warten, bis man ausgetrunken hat. Also von daher... Ja. Wir haben jetzt quasi unsere Tour gehabt. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Wir sind jetzt hier vor der Castle-Stage. Direkt am Schloss. Und da gibt es jetzt gleich auf jeden Fall eine Show. Entweder wird es eine Ursula-Show sein. Oder es wird aber so eine kleine Show sein, Spiegel in Spiegel an der Wand. Weil man natürlich dann hier vorne auch was hat. Was vermutest du, was könnte es sein? Ich glaube, hier wird die Ursula-Show sein. Ich hoffe es. Ja, ich würde es mir auch wünschen, weil das ist natürlich super. Sehr schön gemacht. Es ist eine kleine Mini-Show, nicht so lang, aber es ist ja völlig in Ordnung. Wie gesagt, wir warten jetzt hier drauf, wie viele andere auch. Wir warten alle ganz gespannt drauf. Es kann also jeden Moment losgehen. Aber ihr werdet auf jeden Fall nicht verpassen, was es jetzt hier gleich zu sehen gibt. Also w DOD. So긴 wäre.' Je linked zurück Es war doch auch sonstiger zusammennes. So I can't make your choice I'm a very busy woman and I haven't got a date It won't cost much, just your organs You're unfortunate and so It's sad, but true If you want to, you've got your best choice Will you guide your days a toll? Take a look, turn around the door And it's on the straws Want some gentle, now I've got a prize The bus is on the road You poor, unfortunate soul You messes when you're convinced of the Caspian Sea Larynx, larkitis, edmax, laryngitis La voce to me Now sing! Keep singing! Keep singing! Go on, ho! Go on, ho! Go on, ho! Go away, go away! Go! Go away to that! Das war jetzt die kurze Ursula-Show, ich fand es natürlich super. Also ich mag ja Arielle, die mehr junge Frau, ganz gerne. Das liegt natürlich auch daran, dass der Prinz, zuwähligerweise auch Erik heißt. Und deswegen ist ja auch mein Instagram-Profil-Name prinz-erik-erik mit K. Ist übrigens auch dann mit meinem YouTube-Kanal verlinkt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch mein Instagram-Profil abonniert. Also ich fand es ganz gut, es ist eine kleine Show und ich bin sehr froh, dass wir die jetzt auch gesehen haben. Und wir schauen mal, wo die Sabrina ist. Ich habe es schon gesehen. Nicht mehr beim Shoppen. Nicht mehr beim Shoppen, nein, nein, sie ist hier vorne. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, das war jetzt unser Tag hier im Disneyland Paris. War wieder richtig klasse. Wunderschön und das Wetter hat auch mitgespielt heute. Ja, und du hast da glaube ich auch alles shoppen können, was... Richtig, alles aufgehakt auf der Liste, ja. Wunderbar, perfekt. Die Ursula-Show konnten wir sehen. Das hat natürlich auch geklappt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn du ihm so hilfst, dann kommentiert es, liked es und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich freuen. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, es ist... Time for Disney! Das ist so schön. Die Glocke ist so schön. Die Glocke ist so schön. Das ist so schön, wie sie sind. Das ist einfach schön. Komm, Komm. Wuh, komm, komm, komm. Wuh-muh- RIGHT. Das ist ja. Und jetzt geht uns nicht. Und jetzt geht's an.